Unser gemeinsames Projekt, die lebenswerte Gemeinde der Zukunft. So, grüßeng, ich bin der Ernst Walter Schrempf vom Schlosshotel Tanek. Wir haben eines der nachhaltigsten Betriebe von Österreich. Und aufgrund von meinen Erfahrungen bin ich eingeladen worden bei der Entwicklung des Masterplans Nachhaltige Tourismuszukunft. Und wir sind uns herzlichst eingeladen, bei dem Lösungskongress mitzuwirken auf dem Weg zur nachhaltigsten Tourismusdestination der Welt. Tickets, jetzt über Ü-Ticket, bei allen Raiffeisen und Volksbanken sowie Sparkassen. Dein Talent wird jetzt gebraucht. Prominente und authentische Wertebotschafter unterstützen uns dabei. Baldur Preiml Barbara Stöckel Sepp Forcher Gudrun Pflüger Erwin Thoma Rupert Mayer Helmut Mödelhammer Gregor Sieböck Karl Siekatzleitner Erika Pichler Heidi Penteling Elisabeth Fuchs Familie Hauser vom Stangelwirt Erika Pichler Dina